Los! Und ja, mal gucken, was so geht. Ich bin heute ja Kalari, weil sich jemand gewünscht hat, dass ich den spiele. Und äh, Achtung, Achtung, hinter dir. Ja, ja, ich seh's schon. Scheiße. Achso, ich dachte, du meinst mich. Da geht's schon gleich nicht los. Ich würde dir gerne helfen, aber Kalari ist nicht so der... Nee, ist alles. Ich schaffe das hier zu dritt gegen die nicht. Ja, aber scheiße. Hallo, aber es geht'n ab. Gerade mal zwei Minuten gespielt und die haben schon zwei Kills gemacht. Ja, das ist das gleiche, was ich in letzter Zeit beobachtet hab. Die Farmen zu dritt Lines ab. Dann geh' ich da mal rüber. Hast du mal richtig? Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Das hatte ich bis jetzt auch einmal. Ja, wir wollen am Anfang direkt den Feed. Wir wollen einfach killen. Ich bin dieser typischen Blackout-Spieler. Klubschi, ich bin hinter dir. Dann sagst du was. Jo. Ah, die haben schon mal ein gutes Leben verloren. Ah, da kommt der... Aua. Ich werd' mich erstmal im Jungle hochleveln. Ja, mach das. Scheiße, ich hätte mir die R1 holen sollen. Hau ab. Okay. Hau ab. Ich halte die Lane. Bleib defensiv. Mach du deinen Form. Alles klar. Gerade mal stierlich. Komm rüber und hilft dir. Ja, da kommt auch wieder hoch. Zu dir. Ja, ich hit' ihn dir nur an, dann kannst du ihn gleich so fühlen. So, den messenst du schocken. Ja. Gut, dann mach ich mal weiter. So. Haben den roten Bach, ja? So. Hä? Hier hat sich gerade irgendwo einer unsichtbar gemacht. Hm, ich flitt weg. Alter, ich bin so lange unsichtbar schon am Anfang. Ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, wenn ich in die Gegner treffe. Lutschi, ich komme mal zu dir, dann machen wir das wieder zusammen, ja? Ja, das können wir machen. Gut. Manchmal in der Mitte kriegen wir gerade Besuch. Ich mach auch diesen Fail, dass ich nichts mache und Coins geschenkt bekomme. Ich weiß nicht warum. Was für Coins. Ja, diese Ingame-Währung, mit denen du Skins kaufen kannst, Master-Challenges und sowas. Wollen wir gleich einmal kurz in die Mitte, wobei, ne, Fang-Mau ist, glaube ich, wieder weg. So, den kriegst du, alles klar. Ich stelle mal kurz den Sammler auf. Okay. Also rechts sind zwei gegen mich, also wir verhindern mehr den Farm. Ja, wir sind gleich bei dir, wir sind ja im rechten Jungle. Wir kommen dann gleich mal rüber. Ja, ich komme mal schon mal. Gut, ich mache hier noch die Manions und dann bin ich auch am Start. Moment, ich warte dann noch kurz auf dich, bis du dann auch da bist. Dann können wir zusammen angreifen. Gut, ich gehe ihn zurück zur Base, wirst du mir schon mal Karten ausüben und bin dann gleich bei euch. Achso, ja okay, dann gehe ich schon mal rauf. Weil ich bin anfangs so schwach, was Leben und so angeht, dann würde ich euch echt nicht bringen. So, komm, hier, ja. Du machst den Abgang, komm her. Jawohl. Nice. Gut, läuft schon mal? Nein, ich habe keinen Mann noch mehr. Ja, weg damit. Vorsicht, die Minions geben dir gerade hart. Ja, ja, ich will schon, ich bin fast tot. Ich bin schon auch noch mitgekommen. Ich bin jetzt auch rechts bei Gluci. Dann sind wir hier erstmal zu freuen. Pass auf, wir vorne nicht durch das Ding laufen. Ja, ich sehe es. Kamikaze. Achso, die Mine, ich dachte gerade, was für ein Ding. Das erste Q-Farm-Minion ist das Beste. So ein Rekki. Hoppala, erst mal daneben schlagen. So. Naja, jetzt fehlt mir echt nur noch ein kleines bisschen, bis ich meinen Level habe. Ach, komm. Ich möchte rein oder nicht. Ja, hier gibt es noch ein Camp. Allerdings sieht komisch aus. Er scheint ein Greystone direkt in den Ort. Ja, er macht aber irgendwie nicht viel. Ja, wahrscheinlich traut er sich nicht. Machst du den allein? Ist das gemeint? Ob du Hilfe brauchst? Ähm, ja. Ja, gar nicht mal so schlecht. Moment, ich komme auch mal gerade rüber. Ja. Ich will erst mal zurück zur Base gehen, weil du hältst nicht mehr viel aus. Achtung. Ja. Nice. Ich bin auch da. Aber mit seinem Gesicht. Ja, was willst du denn, ey? Ja, ich komme gerade nicht ran. Du blockierst mich hier in der Ort. Du hast so diesen Sprung. Hol ihn dir. Ja, kann ich aber gerade nicht. Ich habe zu wenig Mana. Scheiße. Ja, dann komm zurück. Mach nicht, der soll dich gleich überrascht. Fäng mal aus. Richtig fies. Dir macht so viel Damage. Ach, Lappen. Ja, nichts gegen Glubschi, ne? Ist, ob es ist. Aber bis jetzt noch keinen. Nur zwei Kills. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, ich muss die Aufnahme abbrechen. Das lohnt nicht. Okay, das war es an dieser Stelle. Wir sehen uns. So. Ich gehe mal in den Jungle. Und ja, wir sind hier zu dritt im Jungle. Alles klar. Kann man auch mal machen. Das darf natürlich nicht sein. Ja, das habe ich gerade mal so gemerkt. Ist einer gerade von uns rechts, ja? Dann kommt nach rechts und klatscht die Faith hier weg. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach rechts sowieso. Also, Stil, du musst aufpassen. Bei dem Jungle ist Chimera. Ja, ich habe ihn schon gesehen vorhin. Vor mir nur den Minion, äh, den. Okay. So, ich bin gleich da. Äh, Howard, also dem Roboter bei dir im Jungle, falls du mich kennst. Ja. Nee, Achtung, hinter dir war einer. Ja, ich weiß gerade nicht, wo du hin sollst. Wenn du willst. Na, scheiße. Ich wollte dich gerade fragen. Wenn du willst, kannst du den Kill gerne haben. Aber da hat sie dich schon gekillt. Das ist Greystone auch noch hier, ey. Gut, ich würde sagen, ich gehe nochmal in den Jungle. Ich hoffe nicht, dass du wieder in Offensivars bist. Ich finde das so witzig, wie die Minions manchmal einfach wegfliegen, wenn die sterben. So gut wie, ja. Manchmal ja, oder nein. Schwierig. Man kommt ja auch als Schichtarbeiter. Wir bräuchten links malen. Sonst können wir hier auch erstmal kurz zu dritt den Turm bis in der Mütchen. Gut, ich bin gleich wieder weg. Oh. Oh, oh, zurück, zurück. Warte, ich verlangsame ihn. Ja, jetzt kommst du auch noch, oder was? Ich puste ihn weg. Oh, nein. Ich habe den, der Holti ausgelöst. Ach, schade, schlecht. Und die Hilfe, oder? Nö, ich denke, das kriegen wir hin, oder? Ja, ja, Kamera kommt her. Okay, dann würde ich mal zu rüberkommen. Ja, will noch jemand, oder was? Oh. Die anderen sind auf der Zähne, oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Oh, die anderen sind auf der Zähne, oder was? Oh, die anderen sind auf der Zähne, oder was? Wenn ihr diesen Prometheus, oder wie er heißt, etwas ranlocken könntet, dann kann ich den mit meiner Ulti holen. Den, was für'n Ding? Ja, dieser Typ, der, ich... Achso, Chimera. Chimera. Ja, gut. Ne. Da kommt er wieder an. Ja, ich geh mal kurz zurück, ich brauch eh Leben. Dann geh ich mal gleich erst mal in die Mitte. Warte, ich denke ich. Ich geh da weg, ich geh mal. Alter, ich geh weg. Ja, weg. So, wir haben es geholt. Nice. Ah, den Turm kriegen die... So'n... Kack. Komm, stirb, Feng Mao. Jawohl. Ja, gut. Komm, halt ihn auf, halt ihn auf. Ich krieg ihn, ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Jawohl, okay, hat er. Aber tot, das ist das Wichtige. Ja, genau. Ja, ich muss ja meine Assists wieder sammeln, das war jetzt mein erster. Ich muss meine Schiene ja treu bleiben. So, einmal weg, Schnetzeln hier. Aber ich muss jetzt gerade wirklich mal sagen, dass normalerweise, wenn wir spielen, werden wir anfangs gleich immer so hart angegriffen, dass unsere Türen schon wechseln, jetzt läuft's. Ja, also die Defensive von uns funktioniert gut, ja. Jo. Geh zurück, wenn du kannst. So, scheiße. Naja, ich werde auch stürmen. Kacke. Echt böse. Warum hast du nichts gesagt, Mann? Ich war doch in deiner Nähe, ich hätte dir helfen können. Ja, die kam da zu dritt an. Ja, die sind jetzt zu vier, ne? Warte mal, hier ist Greystone. In der Mitte sind die vier. Da muss man in der Luft passen. Wenn ich tanken. Also ich kann mich mit meiner Ulti rein teleportieren, aber das wäre dann noch das letzte, was ich getan habe. Gut, hau jetzt, dann mach das alleine. Ja, nice. So, äh, braucht ihr mich in der Mitte? Ja, hier sind eigentlich vier Gegner, also. Ja, nicht schlecht. Oh, man. Ich verliere die, jetzt wird zu hauen hier mit meiner... Oh, was auf? Ah, rechts ist Greystone. So, erst mal warten. Haltet die noch ein bisschen auf, wenn ihr könnt? Ich gucke mir Faye. Ich hab, äh, Faye. Okay, oder auch nicht? Ja, ich hab sie. Gut. So, äh, so. Holt ihn euch? Ja, holt. Kommt. Deiner. Komm, schaffst du. Okay. Ja, gut. Alles, alles gut. Ich geh kurz rechts rüber zu Greystone. Ja, gut. Gut. Ich komm mit. Greystone rüber. Ach komm, ist er echt weggegangen? Was soll denn das? Ein Direkt-Push. Ist das ein Mörder hier in der Mitte? Ja, ne? Ja, manchmal, wenn ich genügend Zeit hab, dann mach ich die Minions gerne vorher einmal. Dann kann die nämlich die nächste Welle länger durchhalten. Ja. Ja, das stimmt. Da ist schon die nächste Welle. Ja, wohl. Ja, zu zweit geht das halt noch schneller als alleine dann. Aber meistens bin ich irgendwie alleine dann. So, ja, wohl. Da ist, lass zurück. Greystone kommt. Ja, die ging gerade in der Mitte hart durch, da müssen wir jetzt aufpassen. Komm, das ist zurück. Greystone kann auch wiederkommen, bestimmt. Können wir hier dann auch mal Hilfe, sonst halte ich hier nicht lange durch. Ja, sofort. In der Mitte kommen wir nicht zurück. Ja, Mitte. Das sind die echt ein bisschen viele. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ja, Greystone und ein paar Engmauer. Scheiße, ja. Wird eng. Unterwegs. Unterwegs. Komm her, Mann. Ja, ich bin hinter dir. Okay, hier sind jetzt drei. Achtung, noch einer. Murdoch ist am Start. Komm, zieh zurück. Scheiße, Ulti. Fuck. Ja, ich zieh mich zurück. Fuck. Ich mach hier das Schutzschild gerade. Nice. Natürlich, ich bin der Mörder. Hey, da hat er mir den Kegel geklappt. Echt so, ich bin der, tut mir leid. Ach, alles gut, passt schon. So, ich bin zurück. Okay, ich bleib mal kurz hier, dann kannst du dich porten. Sehr schön. Ich glaub sowieso, dass du nicht mehr gekommen wär. Ich hole den Kern, ja. In der Mitte. Alles klar. Ein Mann, Armee. Gut, Achtung, Greystone hinter dir. Nice. Ich muss sagen, mal, mein Leben an den Minions hier aufladen. Ja. Direkt gleich zur Mitte. Nach links. Ich finde das immer so geil, wie viel Lebensregeneration Kalmera haben kann. Ja, das ist echt nice. Ich hatte noch mit dem eine von 300 noch was, weil ich so schnell war. Das ist richtig geil. Stell mal vor, du hast mit dem noch die Lebensregeneration, die ich mir immer hole mit Wampage. Ja, das wäre dann an dieser Stelle zu OP. Ja, das denke ich auch. Der regeneriert sich ja im Dschungel, der soll starten, ne? Ja. Und ich skill den auch so mit einer Karte, dass ich am Ende 34 Lebensregeneration dazu krieg. Oh, Moment mal. Du, Gucci hat's nötig, ne? Der macht da ordentlich... Ach du Scheiße. Da kann ich nichts machen. Nein! Ach, komm, lass mich in Ruhe. Ach. Die sind da zu viert gewesen. 2 ziehen sich gerade zurück. Okay. Bis jetzt ganz schön ausgeglichen. Gut, ich bin auf den Weg noch Kills. Ja, dann machen wir noch mal nichts. Ja, bis jetzt ist wirklich ausgeglichen, muss man sagen. Weil irgendwie dominiert hier keiner. Das Problem ist halt nur, dass sie immer zusammen auf eine Lane gehen und wir nicht. Ja, wir sind deutlich besser, wir haben zwei Assists mehr. Ja. Also, also deutlich besser. Braucht ihr Links Hilfe? Ich schieße die Fee. Ich schieße die an. Bin da, bin da. Den Mauer, der hinterher. Scheiße, ist abgehauen. Ja, er ist abgehauen, er ist abgehauen, schau dir. Nein, nein. Nein, wie wenig ich lebe. Ja, ich habe den gerade noch mit der Ulti versucht zu holen. Schade. Peinlich, peinlich. Alla, den muss ich mir jetzt wollen. Das ist eine Scheiße. Und er kommt einfach noch mal zurück. Wieso kommt der? Nee, ich habe mir den. Ich habe mir den Fangmaugel. Idiot. Ich habe es gesehen, der kam einfach mal wieder zu dir. Der kam direkt in meine Front. Direkt weggerüstet. So, da steht einfach mal Craystone afkar herum. Er hat sich das angeguckt und ist jetzt raus. Er kann bohren mir. Schau mal. Weit schütt. Dann lass ihn wieder vorne. Guck dir an, wie er da steht. Den holen wir uns jetzt. Guck dir's an. Ah, nee, der bewegt sich. Rein in das gute Gemüt. Wie ihr ihn gebt. Vorsicht, ihr kriegt noch Besuch. Warte mal, wir haben rechts auch gerade Besuch. Scheiße, ich muss mal schnell rechts rüber. Na, ist da jemand Schlagsahne? Nee, das... Okay, das ist was Neues. Also, viele sagen, Asthmatikergerät, Inhalationsgerät. Es ist eine T-Zigarette. Genau, genau. Es ist so eine große Box. T-Zigarette-Box, Dampfer-Box. Obwohl das mit Schlagsahne, ne? Das habe ich noch nicht gehört. So, komm. So, meine Ulti, seid ihr? Jetzt stirbt doch endlich. Jawohl. Hab ich doch. Ja, warum? Lasst mich doch. Lasst mich doch. Mörder. Ich war im Spawn. Ja, ich war im Spawn. Nice shot. Der wird sich hassen. Der wird sich hassen, der Junge. Ja, er wäre sowieso gestorben. Ja. So, hier wenig. Ich fährt. Direkt die nächste. Auch, bitte. Links. Ich versuche mich mal. Gegen. Links. Versuch mal rechts ein bisschen vorzukommen. Braucht ihr da links Hilfe oder geht das? Es sieht so aus, dass ich hingehe und... Ah, das fängt Mau wieder. Den hole ich mir, Alter. Der hat wieder kaum Leben. Ah, das darf ich. Das war eben vorhin die geilste Aktion von ihm, der einfach mal da stehen geblieben ist. Nee, den krieg ich nicht. Ich mein, wer denn nicht, ne? Boah, perfekt. Da läuft man an dem Jungle-Dram vorbei und schon spawnen hier Minions. Fuck, Alter. So soll's doch sein. Fuck, Mann, hier sind ziemlich viele in der Mitte. Wie sieht's in der Mitte aus, soll ich da gleich mal hingehen? Ja, ich bin auch auf dem Weg. Also, die geraten wieder alle zusammen. Ja, direkt in den Jungle, kommt in den Jungle. Scheiße, ich hab Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Fuck. Ja, oh, scheiße, Mann. Ich war grad in den Jungle rein, aber du bist schon weg. Ja, carry halt, ne? Stopp, schnell. Ja, geht mir hier genauso. Ich stehe auch nicht lange durch. Alter, wie viele Minions sind denn hier, ey? Warte mal, ich mein, ich helfe jetzt noch. Kann die einer von hinten hinterlaufen, oder? Ne, da ist Faye. Kann auch von uns da. Dann holen wir uns links. Zwei sind links. Also, ich könnte Hilfe gebrauchen gleich. Oh. Hier, äh, kein Memory im Jungle. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Achso, Moment. Hier ist schon. Oh Gott, Alter. Alter, ich werde sterben, ich werde sowas von sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich werde sowas von sterben. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, Alter? Ich komme nicht weg. Ich bin nicht sofort weg. Das bringt leider gar nichts. Ich bin auf dem Weg. So scheiße. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Oh, ich bin falsch gelogen. Nein. Fuck. Oh, Moment. Ich kann nicht. Erstmal ein bisschen schocken gehen. Ich habe nicht gerechnet. Jetzt lass uns fail holen, ne. Ja, wusste ich, wusste ich, die Eidler da. So.